Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Coaching Thema BioCircuit und heute zeige ich euch mal die ganzen einzelnen Programme. Wir haben fünf Stück. Das erste Start Moving passt zum Beginn, also wenn du neu anfängst. Hier bekommst du einfach mehr Energie, deine Muskelkraft wird natürlich verbessert und erhöht und auch bekommst eine bessere Haltung. Sobald deine Muskulatur gestärkt wird, kommen wir automatisch in eine bessere Haltung. Das zweite, was wir haben, ist Lose Weight, auf Deutsch, wenn wir mal schlanker werden wollen, Gewicht verlieren. Also hier hast du ein optimales Training, um dein Gewicht zu reduzieren und auch dich straffer zu machen und fitter. Tone your body, also deinen Körper. Formen straffen, würde ich jetzt mal auf Deutsch übersetzen. Auch hier natürlich geht es darum, dass du eigentlich wieder so ein Wohlfühl, Moment hast und dich einfach in deinem Körper wieder so fühlst, wie du es dir eigentlich immer vorgestellt hast. Also Körperstraffung haben wir hier und auch die Muskulatur wird natürlich einfach wieder schön geformt. Als viertes Thema haben wir Stay Young, also jung bleiben, vielleicht auch fit bleiben, gehört vielleicht mit dazu. Hier ist einfach so Lebensqualität einfach wieder zu optimieren. Oft im Alter ist man so ein bisschen umschrieben, eingerostet, man ist nicht mehr so beweglich und hiermit kannst du einfach deine Muskulatur wieder so stärken, aber auch beweglich halten, dass du im Alltag wieder besser zurechtkommst mit vielen Dingen. Und als letztes haben wir noch unsere Boost Performance. Das ist jetzt für unsere richtigen Fitnessfreaks eigentlich. Also hier kannst du mal deine maximale Leistung rausholen und hier wird wirklich richtig stetig angehalten, dass das Gewicht nach oben geht und du maximale Leistung von dir fordern kannst. Ich hoffe, es ist ein Programm für dich dabei, ich bin mir sicher. Noch mehr Infos dazu haben möchtest, gerne unten auf den Link. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, ein Like, gerne abonnieren, dann kriegst du alle möglichen Infos noch von uns, viele weitere Videos und dann die Info dazu durch die Glocke. Viel Spaß, danke!